So läuft. Kamera läuft. Ton läuft. Take 3 die zweite. Ich bin Hase von Keleritas. Unseren geliebten Lord Abaddon. Nein Max aus. Da drüben steht er und geht uns auf den Sack. Wie lange steht ihr hier denn schon? Sechs Monate. Das erklärt eure lange Pause. Aber was denn? Voll geil. So. Dumpelkirch. Ach, was soll denn das? Ah, die ist so scharf. Willkommen. Abkürzung für mobilisch, unterirdisches, holographisches... mobilisch... Geh mir Zeit. Und verdammte Fackel nochmal. Einmal mit Profis arbeiten. Adriana. Der schöne Kittel. Der schöne Kittel. Der schöne Kittel. Der schöne Kittel. Sie sind sehr hübsch. Sexist. Hase. Ich hab wirklich gelacht. Sexist. Hase. Oh scheiße. Sexist. Hase. Scheiße. Das war perfekt. Scheiße, das war gar nicht richtig, oder? Sexist. Hase. Ja genau, du musst weiter weg gehen. Geh los. Und? Hm. Ja. Ich hab vielleicht, ich will das so lustig. Ja, das ist so lustig. Sexist. Hase. War wieder zu viel? Ja. Okay, ich kann nicht alles. Achbar. Ja. 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 Vielen Dank.